So, wir sind schon angekommen bei Tag 4 hier im wunderschönen Belek im Trainingslager des UFC. Der heutige Tag wird präsentiert von unserem starken Partner der Sparkasse Offenbach. Besonderes Dankeschön an Lothar Prell und Martina Krawitz. Vielen Dank an euch, dass ihr uns es hier ermöglicht, wirklich zu senden, auch an Tag 4. Heute wollen wir euch mitnehmen ans Trainingsgelände und wollen mal einfangen, was die Spieler alles drauf haben. Vielleicht kriegen wir auch was Witziges zu sehen. Einige Slow-Mos wollen wir mit einbauen. Viel Spaß beim heutigen Beitrag, euer UFC-Fanradio und KickersTV. Ich habe es nach Zervor verruft, ich bin auf Witzigeschönen. Und ich habe jetzt monyetig herausgekommen. Ja, ich bin in dem Buch. Ich bin in dem Buch. Aber ich bin in dem Buch! Voll, fertig! Das war's. 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 Das war's.